Auftakt mit Knalleffekt. Der ultimative Kampf, jeder gegen jeden, kommt bei diesem E-Sport-Event in der Berliner Mercedes-Benz-Arena mit einer großen Show daher. Im Mittelpunkt die Topstars von PlayerUnknowns Battlegrounds, kurz PUBG. Das Shooter-Game gehört zu den derzeit beliebtesten Online-Computerspielen. Und bei den PUBG-Weltmeisterschaften wird ermittelt, wer der oder die Beste am Drücker ist. PUBG ist ein sogenanntes Battle-Royale-Spiel. Die Teilnehmer werden in der Computerlandschaft einer einsamen Insel ausgesetzt und müssen gegeneinander kämpfen. Wer zuletzt noch übrig ist, hat gewonnen. Der Trick ist, sich eine möglichst gute Ausrüstung zusammenzustellen und die Nerven zu behalten. Denn das Schlachtfeld wird im Lauf des Spiels immer kleiner. Dante Burghazy vom Team Gates erklärt, worauf es ankommt. Das ist alles Mentalsache und wie du mit anderen zusammenarbeitest. Man muss nicht nur gut spielen können. Es dreht sich darum, wie du mit deinen Schwächen und Höhenflügen umgehst. Und außerdem muss man natürlich auch außerhalb der Turniere genug Drive haben, um noch härter zu arbeiten als die anderen Teams. Bei der WM in Berlin treten 20 Teams gegeneinander an. Angefeuert von Schlachtenbummlern. Um so gut zu werden wie ihre Stars, müssen die Fans aber noch viel trainieren. Das Pensum gleicht in der Tat dem im Hochlastungssport. Nicht jeder hat dafür genug Zeit. Wir müssen auch arbeiten, also wir sind schon Erwachsene, wir müssen in der Arbeit. Aber nach der Arbeit spielen wir am Tag so vier, fünf Stunden. Dann haben wir noch gespielt. Aber die meisten, die anderen, die können ja länger spielen. Die sind noch Schüler oder Studenten, dann haben die viel Zeit und so. Zeit vielleicht. Aber die Frage bleibt, ist das auch wirklich Sport? Ich meine, Schach ist auch anerkannter als Sportart vom Deutschen Olympischen Sportbund. Hat jetzt aber auch nicht so viel mit körperlicher Arbeit oder körperlicher Anstrengung zu tun. Aber das ist eine Ansichtssache. Und man kann damit schon sein Leben bestreiten, wenn man zu dem Besten der Besten gehört. Das ist ähnlich anderen Sportarten, aber eigentlich in jedem Bereich, wenn man zu dem Besten gehört, kann man auch davon leben. Definitiv davon leben kann Brandon Green, der Erfinder von PlayerUnknown's Battlegrounds. Insgesamt haben wir jetzt weltweit auf allen Plattformen 400 Millionen Spieler. Ich glaube, 80 bis 90 Millionen spielen täglich und über 200 Millionen monatlich. Das Turnier in Berlin dauert vom 25. bis 29. Juli. Die ersten Tage gehören den Wettkämpfen der sogenannten Third-Person-Perspective. Hier konnte sich das Team Jenji Gold aus Südkorea durchsetzen. Am Wochenende zeigen dann die Ego-Shooter, was sie können. Als Preisgelder winken insgesamt zwei Millionen Euro.